2626, Anlass, müssen wir alle nachverhältnissen. Bist du es, Rosa? Ja, ja. Wenn du fertig bist, möchtest du mit deinem Auge mit dir sprechen? Ja, ich weiß schon. Was soll das heißen? Ich weiß schon. Gut, aber wie durfst du mich nur so karmieren und so kämieren? Das ist doch kein Ding. Das ist wohl eher kämlich für mich. Ich will es nicht gewöhnen mit solchen Leuten zu verkehren. Du weißt ja gar nicht, dass es wer ein Mensch ist. Das weiß ich schon. Aber du kennst jetzt kein gemein, das muss ich nicht kennen. Ist das? Der in einem unmöglichen Muskel. Fällt doch nicht auf der Wachstum-Kenn-Konisch vor euch. Äh, wachst du jetzt? Ich sagte, wachst du ja? Hat ihr jetzt seit der Gelegenheit auch gesagt, dass es überhaupt sein ist, aber niederfängig dir so für dich und wenn es nicht dafür entspricht, das war? Das glaube ich nicht. Was glaubst du, bitte man so mehr als deine eigene Mutter? Seltsam, du wirst so schrecklich in den Arten gehen und hättest dem gar nicht richtig zugegeben. Du musst mir fast verstanden. Das ist, was ich sage. Du kannst mit den Arten gehen. Da kannst du nicht tun, was du nicht tun hast. Das ist so gut. Wir würden mit Geld und Geld aber tun, dass du nicht mehr als eine Beine gehst. Aber du lebst jetzt ein ganz anderes Vorstellung, weil du Menschen gekriegt nicht mehr als Vertreter. Das ist gut. Du bist du nicht. Ich habe kein roch Trommeln. Ja, das ist gut. Vielen Dank.